Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten ferngesteuerten Autos 2022 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir das SZ-JJX-RC Remote Control Car gewählt. Diese Marke bietet ein Modell an, das für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren gedacht ist, aber auch einige Erwachsene sind damit zufrieden. Das erste Merkmal dieses Modells ist sein Offroad-Charakter. Seine Fähigkeit, sich an jede Art von Terrain anzupassen. Wenn Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses fahren möchten, ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Nichts kann ihm widerstehen, nicht einmal der Rasen. Die Kraft seines Motors erlaubt es ihm, Steigungen bis zu 45 Grad zu überwinden. Die Marke ist sich bewusst, dass die Batterie Lebensdauer im Allgemeinen ein Schwachpunkt von ferngesteuerten Elektroautos ist. Deshalb hat sie dieses Modell mit zwei wiederaufladbaren Batterien guter Qualität ausgestattet. Jeder Akku hat eine Betriebsdauer von ca. 20 Minuten. Das bedeutet, dass Sie 40 Minuten lang den Spielspaß genießen können, ohne auf eine Aufladung zurückgreifen zu müssen. Die Reichweite dieses Modells, das wir in unserem Vergleich der besten ferngesteuerten Autos 2022 auf Platz 4 gesetzt haben, beträgt 61 Meter. Es ist also leicht zu verstehen, dass Sie kein Steuerungsproblem haben werden, wenn Ihr Spielfeld groß genug ist. Ein weiterer positiver Punkt ist seine Robustheit. Dank seines Schutzes gegen Stöße, der rutschfesten Reifen und der eingebauten starken Stoßdämpfer hat dieses Auto alles, was man für eine lange Lebensdauer braucht. Der einzige Nachteil ist das Design, das vielleicht nicht jedem gefällt. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir das Top Race TR 912 Remote Control Car gewählt. Suchst du ein perfektes Geschenk für ein Kind, das Polizeigeschichten liebt? Dann hast du sie gefunden. Es handelt sich um das Top Race TR 912 ferngesteuerte Auto. Es ist ein Modell der Marke Top Race, die wir in diesem Vergleich der besten ferngesteuerten Autos 2022 nicht nur wegen ihres Designs, sondern auch wegen ihrer guten Leistung auf Platz 3 gesetzt haben. Was das Design betrifft, hat die Marke wirklich an alles gedacht. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit diesem größeren Auto ein echtes Polizeiauto vor sich haben. Darüber hinaus verfügt dieses RC-Auto über die notwendigen Lichter und Geräusche, um die Spieler voll und ganz in ein polizeiliches Rennen eintauchen zu lassen. Die Lichter und Geräusche können einfach über die Fernbedienung gesteuert werden. Auch die Bedienung der Fernbedienung ist völlig intuitiv. Die Kleinsten werden also keine Probleme haben, sie zu bedienen. Was die Leistung anbelangt, so verfügt dieses RC-Auto über einen leistungsstarken batteriebetriebenen Motor. Sie müssen also nicht auf die Ladezeit der Batterien warten, um wieder auf das Spielfeld zu kommen. Wechseln Sie einfach die Batterien und schon sind Sie fertig. Seine Gummireifen und Metallmaterialien garantieren eine lange Lebensdauer. Auf Platz 2 haben wir das Raybing S767 Remote Control Car gewählt. Die Marke Raybing bietet hier ein kleines ferngesteuertes Auto, das die Eigenschaft eines großen Autos hat. Seine Geschwindigkeit kann leicht 25 km pro Stunde erreichen, was für ein kleines Auto recht hoch ist. Der Motor dieses Rennwagens ist nicht nur schnell, sondern auch ziemlich stark und passt sich an fast jedes Gelände an. Du musst dir also keine Sorgen machen, wenn du zum Beispiel auf unebenen Strecken mit Gras oder Sand fahren willst. Die Fernsteuerung dieses Modells arbeitet mit 2,4 GHz. Diese Frequenz macht es einfach, das Fahrzeug zu steuern, ohne das Risiko von Interferenzen zu haben. Die Manövrierfähigkeit wird durch die Drehknöpfe und das Gaspedal gewährleistet, die recht einfach zu bedienen sind. Dieses Modell wurde nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene entwickelt, die gerne ein robustes und preisgünstiges RC-Geländeauto haben möchten. Apropos Robustheit, dieses Gerät ist mit den leistungsstarken 2 WD-Stoßlempfern ausgestattet, um es bei Stunts perfekt zu erhalten, ohne Schäden zu verursachen. Seine Karosserie ist sehr solide und widersteht den Stößen, die während eines Rennens auftreten können. Aber worauf beruht die Festigkeit dieses Fahrzeugs? Ganz einfach auf die Wahl der Herstellungsmaterialien. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf Platz 1 haben wir das Lego 42124 ferngesteuerte Auto gewählt. Auf dem ersten Platz unseres Vergleichs der besten ferngesteuerten Autos 2022 haben wir uns für ein Modell der Marke Lego entschieden. Das ferngesteuerte Auto Lego 42124. Bei unseren Tests hat uns nicht nur das Design überzeugt, sondern auch die Tatsache, dass es sich um ein Do-it-yourself Modell handelt. Dieses ferngesteuerte Auto besteht aus 374 Teilen, die zusammengebaut werden müssen, um das Fahrzeug zu erhalten. Keine Panik, der Zusammenaufbau ist sehr einfach und der schnellste schafft es in etwa eine halbe Stunde. Dieses Modell ist für Erwachsene und für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Der Lego 42123 ist kein Geländewagen wie die anderen. Er unterscheidet sich von seinen Artgenossen durch sein Steuerungssystem. Im Gegensatz zu anderen Modellen, die mit einer klassischen Fernsteuerung funktionieren, funktioniert dieses Mini-Auto mit einer kostenlos herunterladbaren Anwendung, Control Plus. Mit der App können Sie vorwärts und rückwärts fahren, Stunts ausführen, Soundeffekte steuern und vieles mehr. Außerdem ist all dies sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Wir schätzen auch die vordere und hintere Aufhängung dieses Modells, die Ihnen ermöglicht, Sprünge und viele andere Bewegungen auszuführen. Ich lade Sie nun ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn das Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den TopTech-Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, das war TopTech, ciao, ciao.